Natürlich bei diesem Konzert mit Danzi Doppelkonzert, was wir mit Andreas Ottensamer zusammenspielen, einer der ganz wunderbarsten Kleinanitisten unserer Tage. Er spielt nicht nur wunderbar, er ist einfach eine tolle Persönlichkeit auf der Bühne und das ist das Besondere. Es gibt einfach Menschen, mit denen kann man quasi die musikalischen Bälle hin und her spielen und er ist einer davon, wird bestimmt ein Feuerwerk auf der Bühne mit Andreas.